Was ist die Geschichte der Frauen von Hoheneck? Von derjenigen, die selbst Opfer des Unrechts wurden oder die verheiratet waren, in Partnerschaft gelebt haben mit Menschen, die durch die SED-Diktatur so sehr ins Unrecht gesetzt worden sind, dass dieses Schicksal aufgearbeitet wurde. Ich wünsche mir sehr, dass Sie eine aktive Arbeit leisten können, dass Sie viele Menschen erreichen und kann Ihnen versprechen, dass Sie alle Unterstützung vom Freistaat Sachsen und von mir haben. Wir wollen, dass Geschichte sich nicht wiederholt. Und das gilt für die erste wie auch für die zweite deutsche Diktatur. Vielen Dank.